Stefan Malhoff, die CSU-CDU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen! Sehr geehrte Kollegen! Wir erleben in den letzten Jahren eine außerordentlich besorgniserregende, bedenkliche Zunahme der Straf-, aber auch der Gewalttaten gegen Politiker auf allen politischen Ebenen. Die traurige und höchst verwerfliche Höhepunkte dieser Entwicklung waren beispielsweise im Oktober 2015 das Attentat auf die CDU-Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Recker in Köln oder erst im letzten Monat der tätliche und schwerwiegende Angriff auf den CDU-Bürgermeister von Altena, Andreas Holstein. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, aber auch im Deutschen Bundestag gab es bedenkliche Entwicklungen. In der letzten Legislaturperiode sind zahlreiche Kolleginnen und Kollegen von uns türkischer Abstammung bedroht worden nach der Abstimmung über die Resolution bezüglich des Genozids an den Armeniern im Jahr 1915. Und das sind mit Sicherheit Entwicklungen, die uns in höchstem Maße auch besorgen müssen. Und deswegen war es, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nur konsequent, dass die polizeiliche Kriminalstatistik ergänzt wurde, um eine neue Rubrik, nämlich Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger. Und im Jahr 2016 wies diese Rubrik insgesamt 1.841 Straftaten auf, überwiegend aber aus dem rechtsextremistischen Bereich begangen. Das möchte ich auch dazu sagen. Deswegen ist der Titel dieser Aktuellen Stunde auch etwas zu kurz gegriffen, wenn er sich nur auf linksextremistisch motivierte Straf- und Gewalttaten gegenüber Politiker bezieht. Und jede Art von Extremismus ist gleichermaßen verwerflich. Und jede Art von Extremismus ist gleichermaßen zu bekämpfen und ihr ist gleichermaßen zu begegnen. Und ich möchte schon für die CDU-CSU-Fraktion sagen, dass wir hier keine Belehrungen benötigen. Ganz im Gegenteil, wir haben in den vergangenen Jahren konsequent jede Art von Extremismus, egal ob im rechten, im linken Spektrum oder im religiös motivierten Spektrum, entschieden und konsequent bekämpft. Ich möchte, meine Kolleginnen und Kollegen, auch nur erwähnen, dass von den 1.841 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger im letzten Jahr die meisten gegen CDU-CSU-Mandatsträger begangen wurden, nämlich 760. Und es ist, glaube ich, schon klar, die Frage zu stellen, wie kommt es zu dieser Entwicklung. Und was wir, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, schon erleben, ist, glaube ich, sehr deutlich, eine Zunahme der Zentrifugalkräfte in unserer Gesellschaft, eine Zunahme der Fliehkräfte, eine stärkere Verrohung der Gesellschaft, aber auch eine stärkere Verrohung der Sprache. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass insbesondere der jüngste Bundestagswahlkampf auch ein berätes Beispiel dafür war, dass die Auseinandersetzung deutlich aggressiver vorgenommen wird. Das mündet nicht immer nur in tätlichen Angriffen. Die meisten Straftaten bewegen sich im Bereich der Verbalinjurien, der Beleidigungen, aber auch der Sachbeschädigungen. Und das muss auch intensiv bekämpft werden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wie ist auf diese Entwicklung zu reagieren? Aus meiner Sicht muss klargemacht werden, dass die Gewalt, dass Gewalt niemals ein adäquates Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf. Es darf hier auch keine falsch verstandene Toleranz geben. Und ich habe vorher gesagt, es gibt, hier darf nicht unterschieden werden zwischen dem Rechts- und dem Linksextremismus. Wir dürfen auch nicht unterscheiden zwischen gutem und schlechten Extremismus. Ich muss auch ganz offen sagen, es gab hier auch in den letzten Jahren aus meiner Sicht hier im Haus manchmal unterschiedliche Bewertungen. Wenn ich mir Aussagen der früheren Bundesfamilienministerin vor Augen führe, die gesagt hat, dass noch vor eineinhalb Jahren das Phänomen des Linksextremismus in Deutschland überbewertet wird, dann ist dies aus meiner Sicht schon auch sehr ernst zu nehmen und bedenklich. Wir müssen jede Art von Extremismus gleichermaßen ernst nehmen und dürfen hier keine falsch verstandene Toleranz an den Tag legen. Der Rechtsstaat muss konsequent und entschieden alle Straftaten bekämpfen, weil sich diese Straftaten, und das müssen wir, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch immer wieder vor Augen und unseren Mitbürgern auch deutlich vor Augen führen, diese Straftaten richten sich ja nicht nur gegen die einzelne Person, sondern diese Straftaten richten sich gegen die Demokratie, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt. Und wenn dies dann zu einer Dimension führt, dass manche Politiker, insbesondere auch im kommunalen Bereich, ihre Mandate zurückgeben, wegen dieser Bedrohungen, wegen dieser Angriffe, dann ist dies aus meiner Sicht sehr, sehr ernst zu nehmen. Wir müssen mit Sicherheit auch eine Debatte darüber führen, ob wir das Strafrecht verändern. Ich sage hier ganz offen, diese Debatte muss aus meiner Sicht offen geführt werden. Es gibt Gründe, die dafür sprechen. Es gibt aber auch Gründe, die dagegen sprechen, was wir aus meiner Sicht auf jeden Fall verhindern sollten, wäre ein Sonderstrafrecht für Straftaten gegenüber Politikern. Wir sollten uns hier nicht besser stellen als die allgemeine Bevölkerung. Was mir aber, und das möchte ich zum Abschluss sagen, wesentlich wichtiger ist, dass wir eine intensive zivilgesellschaftliche Debatte führen. Es geht hier auch um den Erhalt unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und Richtschnur unseres Wirkens und unseres Tätigwerdens sollte aus meiner Sicht ein Zitat von Voltaire sein, der gesagt hat, ich verabscheue Ihre Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie sie sagen können. Und das sollte unsere Richtschnur sein. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Mayer. Zur Erklärung bei der aktuellen Stunde, weil Sie sich gemeldet haben, bei der aktuellen Stunde gibt es keine Möglichkeit der Zwischenfrage, anders als bei den normalen Debatten. Ich möchte Ihnen, bevor ich die Kollegin Steffen...